Wir erwarten sicher eine andere Serie, als wir noch Kloten hatten. Mit mehr Emotionen. Wir haben gesehen, wie sie gespielt haben. Sehr körperbetont und auf das sind wir sicher vorbereitet. Kann man sich jetzt so umstellen, von einer Serie auf die andere? Die Emotionen waren bei Kloten und jetzt würde es genau anders laufen gegen Bern, oder? Ja, es wird sicher ein kleiner Challenge sein, um das so umzustellen. Und es wird darum wichtig sein, am Morgen anfangen, im ersten Heimspiel einen Ton anzugeben. Und dann sind wir sicher in der Serie drin. Wie wichtig ist es, dass man im ersten Heimspiel den Zeitpunkt holen kann? Ja, ich glaube, es ist sicher wichtig, um in die Serie reinzukommen. Ich glaube, sie hatten ein bisschen körperbetont in die Serie gegen Zürich, so wie ich das sehe. Darum sind sie vielleicht mehr in dem drin. Und für uns wird es wichtig sein, um morgen direkt reinzukommen. War heute ein Abschlusstraining? Was haben Sie allgemein so ein Gefühl gehabt? Ja, es war gut. Ein Training war eigentlich schon die ganze Woche. Wir haben vor allem auf die Geschwindigkeit geschaut. Und ja, es war gut. Wie wichtig ist der Heimvorteil in so einer Serie? Ja, es kann sicher wichtig werden. Ich glaube, am Anfang vielleicht noch nicht so. Aber dann, nachher so Spiel 5, 6, 7 kann es sicher den Unterschied ausmachen. Sie denken, es geht über mehrere Spiele? Also es ist nicht wieder nach vier Schluss? Nein, wir stellen uns natürlich, man stellt sich immer auf mehrere Spiele ein. Meister, also gerade auf 7 wahrscheinlich. So ist man sicher bereit, falls es dann zum Spiel 7 kommt. Okay, go speed. Danke, Mann. Danke. 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 Danke.